Gleit 9, Einfahrt, BG 585 nach München, Hausbahnhof über Ingolstadt, Hausbahnhof in den Abschnitten A bis F, Abfahrt 13 Uhr 28, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleit 8, Schreien Sie ein, die Flügel fließen automatisch, Vorsicht bei Abfahrt, jetzt. Gleit 8, Schreien Sie ein, die Flügel in den Kontakt com. Hinweis, dass auch im Bahnhof ist nur in den Bekehrzweichstätten des Aufragsbereichen gestattet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020